jo moin leute herzlich willkommen zu diesem video tippspielvideo auf meinem kanal es ist komisch für ein zweitliga tippspielvideo es ist mittwoch der 27.2.2019 ein nachwohlspiel vom 20.spieltag noch das gebirge auge gegen 1. fc köln das ganze geht 1 zu 4 aus für die kölner so damit war es das mit diesem nachwohlspiel tipps video und lasst mir ein like da lasst mir ein abo da wir sehen uns tschau bis zum nächsten Mal